Die andere Geschichte mit der Madame, hast du die schon gebracht? Kennen diese schon? Von Uwe in der Kneipe. Nee. Mach doch mal. Erzähl dich mal zwischendurch. Ja, erzähl mal. Erzähl mal. Jetzt bin ich ja heiß. Erzähl mal, Mucki. Jetzt will ich das wissen. Ach, ich war hier letzten in der Kneipe hier bei uns hier. Bei Ulfie. Freunde dürfen den Ulfie nennen. Marisi einen gucken lassen oder hat Papierchen getrunken und dann kommt der Altsche rein. Und dann sagt sie, na, kennst du mich noch? Guck dich um die Schulter. Nee. Sagt sie, ich dich auch nicht. Nee. Das Eis kann stehen lassen, doch. Die guten Freunde dürfen Ulfie zu ihm sagen. Die guten Freunde dürfen Ulfie zu ihm sagen. Die guten Freunde dürfen Ulfie zu ihm sagen. Ich bin Ulf. Hallo, wir können Ulfie zu ihm sehen, wo er und er wird eins mit dem Mannen der Diesel. Und ich bin... ...und wir wollen ihn nicht mehr ohne Neuer. Ja, und ich bin schon hier Spielen. Er ist Team Deathmatch auf Amiens. 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 Amiens ist das. Amiens ist das. wenn ich auch eine Ahnung hat sie gefunden ja das sind so und er will ja wenn er schon mal ein Sanitäter-Kid Ohr sind dann nicht nur da wäre es hier auch wenn er es am Hausten rechterung erledigt vorne da bin er unterließe ab dem Weg ich habe ihn für mich wohl alle nennen dass man nicht weil er so kann ich hätte auch heißen wie sollst du den den Zerstörer ich habe immer ich habe nicht mehr ich habe es versucht die sind dahinten sehr wohl wie sie sind machte nie man erheben ja ja kommt auf die Beine ich habe immer ja gewollt ja genauer wusste ich habe der Fahrer oder derjenige der mich gefühlt hat der Lack am Eingang und er hat auch nicht mehr gesehen als ihr Kamian bei der Reispräckern verschluckt ich habe die ganzen ganzen Inhalte oder die Götter hat diese Dallier-Seite oder es im Haus E-Mail-Roll-Messern ja weil ich hatte keinen Kugel mehr Geld im Magazin wenn ich irgendwann mal mehr Prozent die Hälfte und alles erschossen ich habe auch nur 20 Schaus. Dein Piss-Gummi spiele da. Drei Mann wegen dem Sturm. Ich habe aber auch noch zwei geholt. Jo, er packt hier rum von der Sau. Was ist denn mit ihm? Er hängt hier in der Treppe. Einfach so. Wo sind sie denn jetzt hin? Ach hier. Ich sehe sie. Danke. Der ist ja oben hoch. Ja, ja. Wer ist tot? Erste Hilfe. Ich hoffe, das Zeug wird es doch. Jawohl, heile Mech. Heile Malle. Schmeiß mal so ein Mädchen-Dings. Putz an den Kopf. Hier im Haus. In der Küche. Küche heißt das. In der Küche. In der Küche. In der Küche. Wie geil auch, Alter. Wenn du eine Treppe hochkommst. Ja, rechts am Eckelei. Oh, nein. Oh, nein. Wie viele. Ich stelle ich mir auch so vor, wie in dieser Sanität der Tasche so eine Buddel Kochsalz drin ist, Alter. Du schmeißt ihm das Ding voller Sau an die Rübe, ne? Hier waren wir eben diese im Eingang. Da ist keiner mehr. Und wo kommen wir denn jetzt? Schon von hier hinten. Muri, hab ich Gott. Wo sind sie? Ja, hier. Hier, hier, hier. Hier außen. Oh, wie ihr brüllt. Ah, Mutti. Ei, ei, ei. Jetzt rechts diese. Rechts sind sie. Links war ab, Alter. Überall. Überall. Aua, Hilfe, Mutti. Ja, und direkt wieder. Wurz. Rolly Polly. Lass mich raten. Der sitzt an der Ecke. Der sitzt an der Ecke. Der sitzt an der Ecke. Im Haus. Sprengt das Haus in die Luft. Einfach in der Halter. Wo der nach da hinten. Los. Du was. Der liegt da oben. Oh, wo sind sie? Ich bin das. Nicht wiederbeleben. Nicht wiederbeleben. Jawoll, und wir bewegen. Mich kann man wiederbeleben. Oh. Ich dahinter euch. Oben im Dachstuhl. Der steht da immer noch. Oh, jawoll. Im Dachstuhl. Im Dachstuhl. Ja, das war ja wohl präzise, oder was? Äh, ja. Dachstuhl. Genau. Stuhl. Oh. Oh. Huiiii. Mann, ey, komm hier geflogen. Vom Spielautomat. Spiel. Spielomat. Aha. Spielomat. Spielomat. Bin aber jetzt auch schon ganz schön aufgestorben. Drei Mal. Das ist schon eine ganze Ecke schon. Naja. Ich sag ja. Ich sag ja. Ich sag ja. Ich sag ja. Du musst diese hier am Leben erhalten. Künstlich Morge. Du musst diese hier am Leben erhalten. Alter, die kommen alle von da hinten. Von da hinten. Von dem Schutthaus. Was? Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Blaber. 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 Zigg, 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 Zigg. Ist Zigg, 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 Zigg nicht den Sack einklemmen im Reißgeschluss? Das ist. Es gibt dafür einen Namen? Und nehmen. Oder war das Z 풀? Zigg, Zigg. Oh, jetzt muss ich an dieses, jetzt muss ich an dieses Gefühl denken, ne? Wenn man sich den Sack im Reißverschluss einklemmt. das ist doch ein witz oder was den habe ich ich fand er ist nicht nur noch genau wo noch einer auch Aua Aua Franken Fuzi holen mich gewöhnlichst Boogie ich denk Fuzi irgendeiner von beiden sind beide gleich weg Mannes Opse Ich hab sie Jungs vielleicht kann ich wiederbelehen was ist denn das Ups warte ich muss kurz reloaden wenn er abzulegen sich dagegen immer noch Prozent Prozent von mir das ist nicht sehr Bord 6 sieben alle kommen an da oben das soll jetzt spiel ich jetzt Bord Mugi packt mir die Noobwaffe aus das gleiche gleiche fällt sich gern k mit Prozent Prozent Alter habe ich in ein gegebener A8 Gott er immer und zum Glück Schrauben alle mal aber die Reine jetzt oder Brütt er geht rein Jungs in den Maul Leben Jungs auch Leben ein Teil Leben Auer lebensbohrn mal ein Fallgeleiter der Strasse bringt ja auch nix scheiße ist doch alle meine Leben sucht ihr Leben Prozent der Ehe wie Polis der Wohlheuhe Rahn jetzt wollen wir den nur für die Motivation das hat sich er gelohnt und meine Fresse Prozent die Führung auf die Lehre gesehen los geht nicht anbringen es sei die Motivierung denn er ist auch gelungen und ich habe alles gegeben alle Darmann und es wird nicht gewürdigt mehr. Jawoll, Junge, da ist er. Jetzt können wir aufhören. Wie die andere ist mit dem Tigerkopf. Der klassische 16er Blech. Was muss los, oder? Ja, ich muss los. Halb 10, Junge. Ja, ganz ruhig. Wenn man jetzt erst die Abmord. Na, genau. Na, genau. Wie sieht es denn hier aus? Hat es euch gefallen? Dann würde ich das doch gerne mit ein Däumchen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.